Und damit meine lieben sage ich herzlich willkommen zurück zu The Last Guardian und zwar machen wir jetzt weiter wie wir aufgehört haben und wo will er jetzt schon wieder hin? Alles wartet wieder auf Treko. Das Steuern, den zu steuern ist irgendwie gar überhaupt nicht so einfach. Glaubt mir Leute, das ist gar nicht einfach den zu steuern. Oh Gott! Oh Gott! Da muss man wirklich aufpassen und dreht man das Fliegen, da flucht ein Stein. Das ist jedes mal erstaunlich, wie der sich streut, aber richtig, ne? Wow! Das ist jedes mal irgendwie erstaunlich, ne? Okay, dann schauen wir mal. Wo es jetzt hier weiter geht. Wo, 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 wo ich grusariere. Ich bleibe mal kurz stehen. Und wir mal kurz gucken. Ob hier nicht noch irgendwo was ist, aber scheint ja nichts mehr zu sein. so ein fass wäre noch ganz schöne bereicherung aber scheint ja wirklich ich nichts mehr zu geben das ist die stelle da hat hakt er muss wieder zurückgehen ihr muss hier das Tor wieder hochgehen Scheisse 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 habme 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 hab Nein! Spam, 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 Spam! Und er kommt nicht ran. Ich hatte irgendwo ein Speerstecken. Nee, fast. Oh fuck! Oh fuck! Heilige Mutter Maria! Irgendwie hoch, irgendwie hoch, irgendwie hoch. Ich surfe die Welle! Oh fuck, das ist cool, Alter. Ich habe gezwitschert. Den anderen habe ich noch nicht getroffen. Oh, 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 oh. Alles gut, alles gut! Verliebt ja. Alles Liebe. Ist ich wieder gut? Okay. Muss jetzt aber leider wieder, ne? Sei lieb. Ja, ja, haha. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich nochmal ein paar Kollegen mit. Okay, das waren anscheinend doch alle gewesen. So, jetzt gucken wir mal. Hier müsste jetzt irgendwo... Da ist der Hebel. Entfernen Sie? Ich bin gleich wieder da. Aber ich bin vielleicht verliebt. Es ist einfach da. Und ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Aber ich bin lä embargo dir ja so. Ich bin bei dir, ich bin zufrieden. Denken ich hier wieder. $0. Auch was bist du mit. Was ist los? Uh oh. Woah! Oder war das hier mit dem Fass? Ich würde fast behaupten, das war sogar schon hier. Ja, hier ist es. Ich glaube, ja, 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 jup, jup. Das müsste hier die Stelle mit dem Fass sein. Weil es gibt ja hier Schmetterlinge und die sind zum Teil irgendwie... Ähm, diese Schmetterlinge, die... Zeigen zum Teil manchmal wirklich echt, ähm, diese Fässer an, ne? Also da, wo die Schmetterlinge sind, sind eigentlich Fässer nie weit. So kommt's mir mittlerweile schon vor. Jetzt gehen wir unserem guten Freund mal ein bisschen was zum Näppchen. Da fragt man sich, wer zur Hölle baut so ne riesigen Dings? Was ist das? 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 Es geht hier gerade durch. Es geht hier gerade durch. Was ist das? Falken! Hm. Yadidik! Hm. Na, da. Na, na, hallo. Danke. Na, hallo. Genau. Okay. Und hoch. Und hoch. Yep. Yep. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Ja, positionieren, positionieren, rein. Ja, genau. Wir müssen da rüber. Ich hab schon. So hoch, so hoch, so scheiße hoch. Das lässt sich jetzt viel besser machen mit den Befehlen. Das konnte er, glaub ich, vorher gar nicht wirklich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da rüber müssen. Ich glaube, wir müssen da rüber. Also hier gab's, glaub ich, auch noch Fässer. Aber, ähm, das mach ich in meinen Videos nicht. Müsst ihr bitte verstehen, wieso ich sowas hier nicht mache. Ähm, es ist viel zu kompliziert, wo die alle liegen und... Das heißt, es ist in control. Streicheln, 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 streicheln. Ja, wir müssen da rein. Wieso hält er sich immer nur mit einer Hand fest? Ich mag keine engen Räume. Oh, scheiße. Doppelscheiße. Es ist viel zu hoch. Streicheln, streicheln, streicheln. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt von einem zum nächsten herunterkommen, ohne zu sterben. Ich streiche den Controller, streicheln, 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 streicheln. Sorry dass es so langsam geht, aber ich streiche gerade wortwörtlich den Controller. Ich habe, ich glaube, meinen Controller noch nie so gestreichelt. Oh, mein Gott. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ah, da hinten müssen wir hoch. Ja, und wie es da denn weitergeht mit den Rüstungen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich weiß, ich bin richtig fies, ne? Ja, da bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei The Last Guardian. Und dann geht es an der Stelle hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sage ich ciao, ciao. Bis dann.